Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Life is Strange 2. Oh, waschbär. Ich hätte ja gesagt, er soll den irgendwie wegschleudern oder so, aber ich glaube, ganz so brutal sind die anscheinend dann doch nicht. Ja, hier haben wir doch... Moment, wir haben Essen. Ah, habe ich gar nicht gesehen. Hm, viermal die gleiche Konservendose. Welche nehmen wir davon? Ich weiß, es ist nicht so eine große Auswahl. Ich nehme einfach mal die obere. Ja, jetzt muss ich das Essen auch noch selber machen, oder wie? Ah, komm, jeden Tag Ravioli. Ist doch kein Weltuntergang, oder? Ich meine, zu Zeiten des Corona können wir auch nichts anderes essen. Ähm, ja, es wäre aber schön, wenn du das Essen irgendwie öffnen könntest oder so. Nur angucken bringt uns natürlich nicht allzu viel. Dann gehen wir jetzt nochmal eben ins Badezimmer. Da wollten wir schon in der letzten Folge rein. Ja. So wie das aussieht, glaube ich, ist das auch besser. Okay. Ja, na, ich sag doch, es ist eine Riesenauswahl. Ein Kind, was sich freiwillig wäscht. Oh Gott, wo sind wir denn hier gelandet? So, ein Topf haben wir schon mal. Was ist mit dem zerbrochenen Fenster? Wegen einem Fenster? Okay. Ja, das könnte echt übel sein. So, Essen vorbereiten. Ah, perfekt. Trüffel will auch was von den Ravioli haben. Boah, ist aber ein Riesentopf dafür, dass da gerade mal eine Dose drin war. Das ist ja krass. Er ist ein Ravioli-Experte. Das ist doch klasse. Ja, Schiebetür. Draußen zeichnen. Ja, das könnten wir machen. Wenn die Ravioli eh noch nicht fertig sind. Äh, achso. Ähm. Ja, ist ja nicht viel, so zu zeichnen, ne? Nehmen wir mal das. Beobachtet der das jetzt? Muss ich gedrückt halten? So sieht es aus. Okay. Ja, und jetzt? Achso. Okay. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie das ging hier. Ja, viel war das jetzt aber nicht. Kann ich nur mal gucken. Cool. I think I'm ready to draw this. Hm. Pretty good. But I can add more details if I want. Ja, wenn ich jetzt hier mal da hinkommen würde zum Gucken. Time to take the pen, dude. Wie lange dauert das denn, so ein Bild zu Ende zu malen? Das ist ja schlimm. Ich sollte vielleicht als Überschrift für diese Episode schreiben Wir werden Künstler. Okay. Got it. Ja, das sieht mir aber immer noch nicht wirklich fertig aus. Ich meine, er ist doch hier so ein Preis... Preis da. So ein Meisterzeichner. Ja, das tun wir doch gerade. Ja. Ich habe Grenzen gezogen. So, schauen wir mal, ob jetzt endlich mal das Essen fertig ist hier. Okay. Okay. Dinner ist bereit. Hm, tu als wären es Spaghetti. Naja. Die sind aber noch heiß, die dampfen noch. Bon Appetit, Mushroom. Man, sie liebt diese Sachen. Sorry, ich bin cool. Die Karte zeigen. Was hat er gesagt? In der Tasche mit den Büchern? Da haben wir keiner. Die Karte finden und mit Daniel besprechen. Okay. Achso, bei den Büchern? Ich habe es gewusst, aber ich konnte gerade keine finden. Hallo. Okay, come on, doggie. Let's go, girl. Shroom. I can't get mad at you. Stop being so damn cute. After all I've done for you? Really? Shroom. Okay, Mushroom. Thank you. I get it. You're the boss. I could do a super cool manga about Daniel. I could do a super cool manga about Daniel. Time to play dad talk. Ay, ay, ay. Dann musst du selber was singen. Wenn man schon so in Nöten ist, muss man das Beste daraus machen. Sean. There's someone at the door. What the? When did he show up? I don't know. I just saw him now. Sean. I'm scared. Don't worry, Yano. It's probably just someone lost. Can we help you? Hello? What do you want? Lässt das Ding doch nur fliegen, oder? Rächt sich jetzt, oder nicht? Sag ich doch. Daniel? Daniel? Got you. Haha. Man. Are you out of your mind? Oh, come on. Don't be such a pussy. Don't you think your power can be put to a better use? Anyway. I think it's time for us to hit the road. You're not getting better. We're almost out of supplies. No. No. I'm okay. It's just a cough. Yeah, a bad cough that won't go away. Trust me, Daniel. Corona. You need some medicine. Look. Here. Beaver Creek? What's that? That's where Karen's parents, our grandparents, live. Okay. So what? So we can go there and they'll probably help us. Why do you always force us to run, Sean? What if they don't like me? They're family, right? Plus they owe us for what Karen... For what Mom did. Um, you sure? It would be cool to spend Christmas with our grandparents. Man, they're gonna love you. Grandpa's super cool and... I'm sure you guys will be best buds. Well... Okay. But Mushroom has to agree, too. She's part of the team. What do you say, girl? Okay, when? Tomorrow. The sooner the better. We have a long road ahead. Hmm. We should do something fun for our last night here. How about a team with dice? If I win, I get the draw on your backpack. You know I'm gonna win and draw a dick on your bag, right? I don't think so, pussy. Party time. Okay. Ich hab das letzte Mal nicht gehört. Ready to lose, Captain? Watch your butt, matey. Und nun? Ah, jetzt. Here we go. Just need a six, a five and a four. Okay. Got a ship. It's better than nothing. Got a ship now. Okay, ich verstehe jetzt noch nicht so ganz. Das heißt, drei, zwei, eins bräuchte er, um da unten das aufzufüllen? Oder wie? I need a five. Just give me a five. Still incomplete? Jeez. Sounds like a no score. Yes. Full ship and cargo. What are you gonna do? You just lucked out. More pirates. Hi. High score. Here you go, cargo. How are you gonna beat that? Cool. Okay. Good luck beating that, matey. Don't worry about that. Alright. Your turn. Nice. Alright. I just need a four now. Yes. Ship, captain, and tru... I need the score now. Pretty, please. Ooh. Good throw. Ah. Pretty good. Come on. My turn. Okay, ich verstehe, wie das Spiel geht. Cool. Give me the same. Ich denke mal, man darf nur dreimal insgesamt würfeln. I need a ship. Give me a six. What the hell? This is my last chance. Don't fail me. Yay. No full ship. No score. Alright. Your turn. Yes. Full ship. Yeah, yeah. Good job. Das nenne ich mal Punkte. And I win. Do you know what it means? Yeah, okay. You want it. Here's my bag. Mmm. Let's see. Here, what do you think? Heh. Is that mushroom? Yes. I know I'm not as good as you, but... Nah, it's... It's really cool, dude. Thanks. So, let's do another one? Also, ich möchte ja keine mehr spielen, aber... Nee, komm, es wird spät. It's bedtime. Gotta get up early. I'm gonna finish my comic book. She has to pee. Okay, okay. I'll take her out for a walk. You're going to smoke. Und wie geht der jetzt rauchen, wenn die Zigaretten noch drinnen liegen? Und wie geht der jetzt ein. 어떻게 dann? please ver popped das. Und wie geht der jetzt? Okay. Und dann Further Das sind ja schon irgendwie komische Geräusche. Das ist ja schon irgendwie komisch. Das war jetzt eine sehr lange Einführung, aber zwei Folgen. Du wachst es einfach vor mir einzuschlafen, dann gehe ich in mein eigenes Bett. Pah! 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 Kommt da aber Wind durch.